Glaubensbuch und Gewissenserforschung für geistliche Ritter, Hörbuch Teil 2, Copyright 2017 Guido Hangartner, Printausgabe, Herstellung und Verlag, BOD Books on Demand, Norderstedt, ISBN 978-3-7460-1618-4 Die himmlischen Verordnungen So wurden vollendet der Himmel und die Erde und all ihr Heer. Genesis 2 1 Himmlische Verordnungen, was ist darunter zu verstehen, es sind die kleinen Seligpreisungen, die über die Bibel verstreut sind, einige wichtige sind hier aufgeführt, es sind sozusagen die Hinweise Gottes, wie wir uns auf das Himmelreich vorbereiten können, es sind auch versteckte Hinweise auf die Sakramente vorhanden, kurz, es sind die Sätze, die die Schrift in uns lebendig werden lassen, selig sind die, deren Augen sehen, was ihr seht. Jesus wandte sich an die Jünger und sagte zu ihnen allein, selig sind die, deren Augen sehen, was ihr seht. Lukas 10 23 Was sahen die Jünger Jesu, meinst du vielleicht, grundsätzlich sahen sie Jesus, den wir heute nicht mehr sehen, sie sahen Wunder Jesu, die wir nicht mehr sehen, sie sahen das Erlösungswerk am Kreuz, das wir nicht mehr sehen, sie sahen Gott in Fleisch und Blut als Mensch, den wir heute nicht mehr sehen, dann, armer Freund, dann wollen wir gemeinsam um die Öffnung deiner Augen beten. Jesus sagte nicht, was ihr gesehen habt, sondern, was ihr seht, wir sehen heute genau dasselbe, wir müssen es nur sehen wollen, und das ist es, was auch die Jünger mussten, sie mussten es sehen wollen. Die Pharisäer sahen und sahen doch nicht, auch heute sehen die Leute und sehen doch nicht, sie einen armen alten Arbeiter an, was siehst du, du siehst einen alten Mann, der sein Leben lang gearbeitet hat und der mitunter viel Weisheit besitzt? Ja, dass er alt ist siehst du, doch an was siehst du Weisheit, an seinem Hemd, den Haaren oder den Hosen, nein, an seinen Worten und seinen Taten, das geht aber über das Sehen hinaus, das ist Erkennen, so kannst du den Satz von vorhin auch so formulieren, Jesus wandte sich an die Jünger und sagte zu ihnen allein, selig sind die, die erkennen, was ihr erkennt. Vergleiche, Lukas 10 23 Ein Schlüssel dazu ist dieser Satz, als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn, was sehen die Leute in Jesus, sie sagten, die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten, da sagte er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich, was seht ihr in mir? Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes, Jesus sagte zu ihm, selig bist du, Simon Bajona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel, ich aber sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen, ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein. Matthäus 16 13 bis 19 Du siehst, du kannst heute noch dasselbe sehen bzw. erkennen wie Petrus, grundsätzlich erkannten sie Jesus, den wir heute auch noch erkennen, sie erkannten Wunder Jesu, die wir heute auch noch erkennen, sie erkannten das Erlösungswerk am Kreuz, das wir heute auch noch erkennen, sie erkannten Gott in Fleisch und Blut als Mensch, den wir heute auch noch in der Eucharistie erkennen. Du siehst, selig sind wir, wenn wir das alles erkennen, besonders in den Sakramenten, selig, die das Wort Gottes hören und es befolgen, eine weitere Verordnung findest du hier. Da rief eine Frau aus der Menge Jesus zu, selig die Frau, deren Leib dich getragen und deren Brust dich genährt hat. Er aber erwiderte, selig sind vielmehr die, die das Wort Gottes hören und es befolgen. Lukas 11 27 bis 28 Du denkst, dass da Maria aber nicht gut wegkommt, dann bist du immer noch blind. Niemand hat das Wort Gottes so treu erfüllt, wie Maria, darum preist er sie über das Wort dieser Frau am Wegrand selig. Da sagte Maria, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Lukas 1 38 Jesus stuft Maria in keinster Weise herab, sondern preist sie über das Selig der Frau am Wegrand selig, denn Maria hat nicht nur dem Jesuskind die Brust gereicht, sondern das Wort Gottes durch den Engel gehört und es getreulich befolgt. Selig die Knechte, selig die Knechte, die der Herr wach findet, wenn er kommt. Amen, ich sage euch, er wird sich gürten, sie am Tisch Platz nehmen lassen und sie der Reihe nach bedienen. Und kommt er erst in der zweiten oder dritten Nacht wache und findet sie wach, selig sind sie. Lukas 12 37 bis 38 Wach zu sein bedeutet nicht, dass du nicht schlafen darfst. Und Jesus ging zu den Jüngern zurück und fand sie schlafend. Da sagte er zu Petrus, konntet ihr nicht einmal eine Stunde mit mir wachen, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Matthäus 26 40 bis 41 Es geht hier darum, dass wir nie erkalten, oder besser gesagt lau werden, indem wir denken, Jesus kommt noch lange nicht. Das wird erst in Generationen geschehen. Wir wissen nicht, ob er heute, morgen oder in Generationen kommt, doch eines wissen wir, er wird spätestens am Ende unseres Lebens kommen und wann das ist, weiß keiner. Du kannst über das Feld gehen und an Herzversagen sterben. Warst du dann kalt, lau oder heiß vor Begeisterung für Jesus? Er kann tatsächlich heute oder morgen für alle zurückkommen, auf den Wolken, auch dann musst du dieselbe heiße Begeisterung haben. Das ist Wachen, es hat nichts mit dem Schlafen des Körpers zu tun, sondern mit dem Wachen des Geistes, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Jesus sagte zu Thomas, weil du mich gesehen hast, glaubst du, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Lukas 20 29 Thomas ist einer der wertvollsten Apostel für uns. Er war voller Zweifel und glaubte nach der Berührung seiner Wunden. Jesus preist die selig, die auch ohne das Glauben, doch auch heute spielt einem die Welt manchmal Streiche, die in uns den Glauben schwinden lassen. Dafür ist Thomas dann eine große Hilfe, wie er, so können wir dann zu einem Kreuz mit Korpus gehen und die Wunden Jesu berühren und so unseren Glauben stärken. Nein, es ist kein Götzendienst, es ist das Ertasten von Buchstaben in einer plastischen Form, selig sind die, deren Frevel vergeben sind. Auch David preist den Menschen selig, dem Gott Gerechtigkeit unabhängig von Werken anrechnet, selig sind die, deren Frevel vergeben und deren Sünden bedeckt sind. Selig ist der Mensch, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Römer 4 6 bis 8 Nun könnte einer sagen, du hast Glauben, und ich kann Werke vorweisen, zeig mir deinen Glauben ohne die Werke, und ich zeige dir meinen Glauben aufgrund der Werke. Jakobus 2 18 Es ist Gnade Gottes, dass uns die Sünden nicht zur Last gelegt werden, wenn wir an den einen Herrn Jesus glauben und unsere Sünden von ganzem Herzen bereuen, sprich Busse tun, am besten in der Beichte. Grundsätzlich würde dies bereits genügen, um gerettet zu sein, doch der Apostel betont zu Recht, dass zum Glauben immer auch Werke gehören sollen und Jesus selbst bekräftigt ist. Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Matthäus 6 19 bis 21 Hier sind besonders die Werke der Barmherzigkeit gemeint. Dazu zählt nicht nur Mildtätigkeit im materiellen Sinn, sondern auch das Gebet für andere und das Aufopfern von Leiden für andere, wie der Apostel sagt. Jetzt freue ich mich in den Leiden, die ich für euch ertrage. Für den Leib Christi, die Kirche, ergänze ich in meinem irdischen Leben das, was an den Leiden Christi noch fehlt. Das heißt nicht, dass Christus nicht genug gelitten hätte zur Vergebung unserer Sünden, es bedeutet vielmehr, dass wir ihm immer ähnlicher werden, eben auch im Leiden. Jesus hat unsere Schuld getilgt durch sein Leiden. Unser Beitrag im Leiden gilt somit eher der Dynamik des Geschehens in dieser Welt, für die Gott unser Mitleiden fordert, um eben in diese Weltdynamik einzugreifen, um einen Grund zu haben, einzugreifen. Dieser Grund ist unter anderem die Aufopferung unserer Leiden aus Liebe und Dankbarkeit zu ihm durch uns, für seine Erlösung an uns. Selig ist die Kinderlose. Selig ist die Kinderlose, die unschuldig blieb und kein Lager der Sünde kannte. Sie wird gleich einer Mutter geehrt, wenn die Seelen ihren Lohn empfangen. Selig ist auch der Kinderlose, der sich nicht frewollhaft verging und gegen den Herrn nichts Böses plante. Besondere Gnade wird seiner Treue zuteil und ein gar köstlicher Anteil am Tempel des Herrn. Denn ruhmreich ist der Lohn guter Mühe und unvergänglich die Wurzel der Klugheit. Weisheit 3 13-15 Wer rein lebt, der ist in der Ewigkeit besonders geachtet, wer hier viele Kinder hat, der ist durch sie abgesichert in der Welt, wer jedoch um des reiches Gottes Willen auf diese Sicherheit verzichtet, der wird dort für seine Mühe belohnt, den er oder sie hat sich auch in diesem Leben ganz auf Gott verlassen und sein Schicksal nicht in die Hände von seiner Familie gelegt, sondern in die Hände Gottes, so ist dann auch der Satz Jesu zu verstehen. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig, und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Matthäus 10 37 Es geht hier nicht um eine Verachtung der eigenen Familie, sondern um die Bereitschaft, sich nur auf Gott zu verlassen und nur bei ihm Hilfe und Schutz zu erhoffen. Wenn er das tut, lebt er nach dem Wort Jesu. Selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Matthäus 11 6 Lukas 7 23 Selig ist die, die geglaubt hat. In dem Augenblick, als Elisabeth Marias Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Lukas 1 44 bis 45 Diese Seligpreisung kann auch für uns gelten, wenn wir glauben, was der Herr uns durch die Schrift und seine Propheten sagen lässt. Er spricht auch heute noch zusätzlich zu uns, sei es durch das Wirken des Heiligen Geistes, durch seine Engel oder durch Heilige, die mit Gottes Erlaubnis uns Ankündigungen machen dürfen. Selig, wer für den schwachen Verständnis hat. Selig, wer für den schwachen Verständnis hat. Zur Zeit des Unglücks rettet ihn der Herr. Psalm 41 2 Diese Verordnung ist eine, die für Ritter besonders wichtig ist. Man könnte sie als Initialzündung des mittelalterlichen Rittertums bezeichnen. Der Einsatz für die Schwachen darf jedoch nicht zur Gewalt an den Starken werden. Vielmehr sollen die Starken zum Pfad der Erkenntnis Christi geführt werden. Dies ist sicherlich etwas, das von vielen Starken verlacht werden wird. Doch ein geistlicher Ritter hat sich vorgenommen, nicht von der Welt, nur in der Welt zu sein, wie Christus ihn gelehrt hat. Vergleiche, Johannes 15 19 Den Nichtengeln unterwarf Gott die künftige Welt, von der wir reden. Hebräer 2,5 Sondern den Söhnen Gottes, die offenbar werden sollen, auf deren Kommen die ganze Schöpfung hat. Vergleiche, Römer 8 19 Isa 11 6-9 Selig, wer im Reich Gottes einmal teilnehmen darf. Wenn du ein Essen gibst, dann lade Arme, Krüppel, Lahme und Blinde ein, du wirst selig sein, denn sie können es dir nicht vergelten. Es wird dir vergolden werden bei der Auferstehung der Gerechten. Als einer der Gäste das hörte, sagte er zu Jesus, selig, wer im Reich Gottes einmal teilnehmen darf. Lukas 14 13-15 Auch diese Verordnung hat wieder mit Werken aus dem Glauben zu tun. Es ist einmal mehr eine Bestätigung, dass Mildtätigkeit ein Garant ist, für einen platzamtischtes Herrn im Reich Gottes. Doch es genügt nicht, nur etwas mildtätig zu sein, sondern voll und ganz im Glauben alles für das Reich Gottes zu geben, wie Jesus bestätigt. Als Jesus einmal dem Opferkasten gegenüber saß, sah er zu, wie die Leute Geld in den Kasten warfen. Viele Reiche kamen und gaben viel. Da kam auch eine arme Witwe und warf zwei kleine Münzen hinein. Er rief seine Jünger zu sich und sagte, Amen, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten hineingeworfen als alle Anternen, denn sie alle haben nur etwas von ihrem Überfluss hergegeben. Diese Frau aber, die kaum das Nötigste zum Leben hat, sie hat alles gegeben, was sie besaß, ihren ganzen Lebensunterhalt. Markus 12 41-44, Lukas 21 1-4 Selig, wer sein Gewand wäscht, all diese Verordnungen sind sehr hilfreich. Welche ist nun die zentralste? Die zentralste ist, Selig, wer sein Gewand wäscht, er hat Anteil am Baum des Lebens, und er wird durch die Tore in die Stadt eintreten können. Offenbarung 22 14 Dies tun wir im Empfang der heiligen Eucharistie, im Blut des Lammes, das Jesus Christus ist und in Herz zerreißender Reue, auch Busse genannt, für unsere Sünden, am besten in regelmäßiger Beichte. Denn bedenke, wenn du sündigst, versündigst du dich als Christ immer dreifach, gegen Gott, gegen dich selbst und gegen die Gemeinde, Kirche, welche die Braut Christi ist, der Priester als Gesalbter, Geweihter, des Herrn spricht dich dann im Namen Gottes und der Braut Christi, der Kirche, los, es ist aber sehr wichtig, dass du dir selber in diesem Moment auch vergibst. Denn nur so kannst du die Vergebung Jesu und seiner Braut auch wirklich annehmen, sonst geht es dir wie Judas, er bereute zwar und sowohl Jesus als auch die Kirche vergaben ihm, doch er konnte sich selber nicht vergeben, das ist immer Stolz, und so konnte die Vergebung Jesu und der Kirche nicht wirksam werden und er richtete sich selbst zugrunde und ging verloren, daraus lernen wir, dass zu echter Reue immer auch die Demut gehört, das Ablegen des Stolzes, und wir uns selber ebenfalls vergeben. Du wirst vielleicht sagen, dass das doch das Einfachste sei und die Menschen heute sich selbst sehr schnell vergeben, doch nicht die Vergebung Gottes und der Kirche suchen, leider stimmt das in vielen Fällen, tu das eine, ohne das andere zu lassen, die Leiter zum Himmel. Und Jakob träumte, eine Leiter stand auf der Erde, ihre Spitze berührte den Himmel, Gottes Engel stiegen auf und nieder. Genesis 28 12 Nun ist der Zeitpunkt, über das zu sprechen, wovon bereits Jakob in der Bibel träumte, die Leiter zum Himmel. Vergleiche, Genesis 28 12 bis 15 Jakob sah in seiner Vision Engel diese Leiter auf und nieder steigen, auch wir sind berufen, diese Leiter hoch zu steigen, jedoch nicht mehr herunter, es ist der Weg in den Himmel, der Weg ist schmal und die Türe eng, darum bietet sich das Bild der Leiter gut an, denn sie ist schmal und die Türe an deren Ende ist eng. Du fragst dich vielleicht, haben denn die Sprossen eine tiefere Bedeutung, oder symbolisieren sie einfach nur einen grundsätzlich steilen und mühevollen Aufstieg? Der Aufstieg ist grundsätzlich mühevoll, doch haben die Sprossen auch eine tiefere Bedeutung? Am besten siehst du die Leiter mit sieben Podesten, auf jedem Podest gilt es neue Fähigkeiten zu erwerben und auf den Sprossen dazwischen diese Fähigkeiten anzuwenden, dann ist also das erste Podest am Boden der Leiter anzusetzen? Nein, das siebte Podest ist oben, es sind sieben Podeste auf der Leiter. Hier auf dem Boden musst du dir der Erlösung durch Jesus Christus bewusst werden, es ist deine Verankerung und die Vorbereitung des Aufstieges, wenn du nicht begreifst, dass du dich nicht selber erlösen kannst, sondern nur durch Jesus Christus erlöst werden kannst, ist der Absturz von der Leiter schon vorprogrammiert. Es ist der Grundfehler all derer, die glauben, sie könnten sich selbst irgendwie erlösen, zum Beispiel durch Reinkarnation oder Meditationstechniken. Es ist eine der größten Lügen Satans, denn sie enthält den Stolz, selbst zu sein wie Gott und Gottes Werk der Erlösung an sich selbst vollziehen zu können. Doch wir sind nicht Gott und können daher sein Werk nicht vollbringen, auch wenn wir tausend und mehr Leben hätten. Jeder Mensch bedarf der Erlösung durch Gott in Jesus Christus, nur er alleine kann das Werk Gottes tun, weil er Gott ist, als gezeugter Sohn und nicht als geschaffenes Wesen, das Fleisch geworden ist und unter den Menschen lebte und wiederkommen wird in Herrlichkeit. So können also alle, die daran glauben, sich selbst erlösen zu können, gar nicht beginnen, die Leiter hoch zu steigen, doch, sie können beginnen, sie können auch recht hoch kommen, doch werden sie früher oder später herunterfallen und landen dann schließlich durch ihren Stolz im Abgrund, der Hölle. Schau, die Erlösung ist wie ein Gummiseil, das dich festbindet, glaubst du, dass Jesus dich erlöst hat, wozu es Demut braucht, ist es bei Gott verankert im Himmel, glaubst du, dass du dich selbst erlösen kannst, ist es verankert im Stolz und beim Vater des Stolzes, bei Satan und wird dich am Ende in den Abgrund reißen. Dann kann ich gar nichts selber tun, als nur zu warten, dass mich dieses Gummiseil zieht, nein, das Gummiseil zieht dich nirgends hin, solange du nicht zu steigen beginnst, das eine, die Erlösung durch Christus, verhindert nur, dass du in den Abgrund stürzt und das andere der Selbsterlösung verhindert nur, dass du in den Himmel kommst, nun beginnt mittels des Glaubens an die Erlösung der Aufstieg zum ersten Podest, das erste Podest, die Heiligung. Das erste Podest ist die Heiligung, hier beginnt das Arbeiten an dir selber, wenn du dich vom Boden entfernst, entfernst du dich vom Irdischen, vom Materiellen hin zum Geistigen des Himmels. Es ist sozusagen die Stufe der Überwindung des Fleisches hin zum Geiste, dies bedeutet nicht, dass du nichts Irdisches mehr hast, es bedeutet, dass du das Irdische nur noch zum Erreichen des Geistigen brauchst. Der Weg dahin sind die Tugenden Weisheit, Mäßigung, Besonnenheit, Tapferkeit und Gerechtigkeit in der Erfüllung der Elfgebote Gottes, ab Seite 97, nutze alles Irdische auf die Weise, als hättest du es nicht, suche nicht mehr nach dem neuesten und besten Besitz, sondern verwende den Besitz, den du hast für deine Nächsten. Lebe im Leib, als hättest du ihn nicht, das heißt nicht, ihn zu vernachlässigen, sondern ihn nicht zu vergöttern. Er ist ein Esel, der dir auf dem Weg hilft. Du lässt deinen Esel, das wirkliche Tier, auch nicht in deinem Bett schlafen und selber schläfst du auf dem Fußboden, sondern er schläft auf dem Fußboden und du in deinem Bett. Dein Fleisch, dein Körper, ist ein Esel, er dient dir und du solltest nicht ihm dienen, erhalte ihn, pflege ihn, doch vergöttere ihn nicht, du musst sogar für ihn sorgen, denn er ist der Tempel des Heiligen Geistes. Vergleiche 1 Korinther 3 16 Doch eben nur ein Vergänglicher, du hingegen musst durch deinen Körper lernen mit deiner Seele mit dem Heiligen Geist eins zu werden, darum hat Gott gar keine besondere Freude an den radikalen Asketen, denn sie kennen nicht die Tugend des Masshaltens, ebenso wenig hat er Freude an denen, die in Schlemmerei leben, die kennen die Tugend des Masshaltens auch nicht. Dein Leib ist eben der Esel deiner Seele, schätze ihn, wie Jesus den Esel schätzte, auf dem er in Jerusalem einritt, doch er ritt auf dem Esel und trug nicht den Esel nach Jerusalem, er nutzte ihn zu einem guten Werk, dem des Einzugs des Königs der Könige nach Jerusalem, nutze du deinen Körper ebenso zu guten Werken, dazu richte dich an die Gebote Gottes und die Tugenden, dann kommst du voran. Das zweite Podest, das Gebet, betet ohne Unterlass. 1 Thessalonicher 5 17 Und wenn du sozusagen das Fleisch überwunden hast, was erwartet dich auf dem zweiten Podest? Hier erwartet dich das Gespräch, oh nein, nicht mit anderen, sondern mit Gott, es ist das Gespräch mit Gott, das Gebet, beten ist so viel mehr, als das Rezitieren von auswendig gelernten Texten, das wahre Beten ist die permanente Gesprächsbeziehung mit Gott, dem Allmächtigen Vater, mit Jesus Christus, mit dem Heiligen Geist, Das Gebet muss ein ständiger Austausch werden mit Gott, wenn die Bibel sagte, wir sollen ohne Unterlass beten, meint sie damit nicht, andauernde Rezitationen von frommen Texten, die sind auch wichtig, denn sie helfen uns, uns immer wieder an Gott auszurichten, doch sie meint eine Seelenbeziehung zu Gott zu haben, mit der Zeit lernst du Gottes Stimme in dir zu hören, denn die Schafe Jesu kennen seine Stimme und folgen ihr und keiner anderen Stimme. Johannes 10 27 Oder im Getümmel der Gesellschaft wirst du sie kaum hören, vielmehr aber zum Beispiel in einer stillen Kirche, Gebet ist somit der Schlüssel des zweiten Podestes, das dritte Podest, Vertrauen, bringt rechte Opfer da und vertraut auf den Herrn, Psalm 4 6 Auf dem dritten Podest findest du das Vertrauen, Vertrauen ist sehr vielschichtig, denn es geht nicht nur um das Vertrauen von deiner Seite gegenüber Gott, sondern auch dass Gott dir vertrauen kann, darum wird er dich auch immer wieder prüfen, ob er dir auf den weiteren Sprossen, geschweige der Podeste, weiter vertrauen kann. Es ist wichtig, alle vorgehenden Sprossen und Podeste auf den nachfolgenden Podesten und Sprossen weiter zu pflegen, sonst fällst du sehr schnell auf die Podeste weit unter die, welche du vernachlässigt hast. Diese Stürze gehen nicht ohne Striemen und Schrammen ab, wie beim Bergsteigen, nur an deiner Seele. Vertrauen bedeutet jedoch auch, dass alle Menschen dir vertrauen können müssen, darum hat es hier ein schweigsamer Mensch leichter als ein schwarzhafter, denn mit dem Schwatzen geht oft ein Verplappern einer, welches dann einen Vertrauensbruch zu anderen darstellt. Dir muss jeder, inklusive Gott, vertrauen können, ja, aber kann ich denn jedem einfach so vertrauen, da werde ich doch nur ausgenutzt, das ist richtig, wenn du ganz sicher bist, dass ein Mensch lügt, versuche doch ihm die Möglichkeit zu zugestehen, dass er auch nicht lügt. Es ist besser ausgenutzt zu werden und weltliche Verluste hinnehmen zu müssen, als wegen mangelndem Vertrauen andere zu verurteilen. Wenn du oder den Vertrauen ausgenutzt werden, sei versichert, dass das die beste Investition ist, die du machen kannst, denn dies bringt dir dort Schätze ein, wo sie dir niemand stehlen kann, im Himmel. Dies bedeutet jedoch nicht, dass du deinen Verstand ausschalten sollst, wie die Schrift sagt. Sei klug wie die Schlange und arglos wie die Taube. Matthäus 10 16 Es bedeutet nicht, einem Dieb, von dem du weißt, dass er dich bestehlen will, deine Schlüssel zu geben, es bedeutet aber, dass wenn einer dich bestohlen hat, im Vertrauen auf Gott, du ihm das Gestohlene, so es für dich entbehrlich ist, schenkst, so sammelst du dir Schätze im Himmel, das vierte Podest, Einheit der Brüder. So lebe nun nicht mehr ich. Es lebt in mir Christus. So weit ich jetzt noch lebe im Fleische, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich liebte und sich hingab für mich. Galater 2 20 1 Korinther 12 4 Es gibt verschiedene Ausdrucksformen, aber nur den einen Gott. Wenn du nicht akzeptieren kannst, dass dein Nächster anders betet und Gottesdienst feiert als du selber, dann versagst du auf dieser Stufe. Die Einheit besteht niemals aus einer Form, sondern aus dem Inhalt und der ist bei allen Christus Jesus. Wenn du also beginnst über die Form zu streiten, dann bist du ein Pharisäer, der das Äußere über das Innere stellt, über Christus. Es muss nicht jeder dieselbe Frisur haben, um beten zu können, es hat auch nicht jeder dieselbe Nase und atmet doch, es hat nicht jeder denselben Mund und ist doch, dieses Podest verlangt viel mehr von dir, als das vorherige, es verlangt Wertschätzung des Nächsten. Kannst du im nächsten Christus erkennen, selbst wenn er so anders ist, als du, kannst du erkennen, dass die Einheit nicht in der Form besteht, sondern in Christus Jesus? Die Einheit der Brüder ist eine Einheit in Christus. Ich will dich aber hier noch etwas mehr schockieren. Die Brüder sind nicht alle lebend auf Erden, doch lebende Seelen. Zu den Brüdern gehören auch die, welche vor uns waren, besonders die Heiligen, die vor Gottes Angesicht stehen. Die Einheit der Brüder beinhaltet auch eine freundschaftliche Beziehung zu ihnen. Sie haben erreicht, woran wir noch arbeiten, vor Gott in der Ewigkeit zu sein. Sie alle sind eins in Christus. Dabei gibt es Heilige, die mit Inbrunst für die slawische Liturgie kämpften, dabei gibt es Heilige, die genauso für die lateinische Liturgie kämpften und es gibt solche, die mit Eifer für die griechische Liturgie kämpften. Trotzdem sind sie eins in Christus. Vielleicht haben sie erst im Himmel erkannt, wie ihr Streit auf Erden wirklich war, denn ob des Streitens hat vielleicht so mancher die Einheit in Christus vergessen. Dennoch sind sie nun eins, denn einen tut uns der Glaube und nicht die Form. Einen tut uns dasselbe Glaubensbekenntnis, dasselbe Credo. Welche Form der Liturgie im Himmel gefeiert werden wird, werden wir dort rechtzeitig erfahren. Hier auf Erden ist es wichtig, im Glauben und seinem Bekenntnis geeint zu sein. Satan lacht jedes Mal, wenn er Christen spalten kann, durch Streitereien über die Form. Dies funktionierte bei den Pharisäern und es funktioniert immer noch bei den Christen. Wenn du einer apostolischen Kirche mit Priesterweihe angehörst, dann danke Gott dafür, dass du Christus in der Eucharistie gegenwärtig hast, ob es nun griechisch, slawisch, lateinisch oder ein anderer Ritus ist. Denn euch einen dieselben Wandlungsworte und dasselbe Glaubensbekenntnis, wenn du einer protestantischen Richtung angehörst, dann gräme dich nicht, solange du dasselbe Glaubensbekenntnis hast. Ja, auf diesem Podest lernst du die Einheit der Brüder. Ja, bedeutet das, dass wir eine Art Einheitsreligion mit einer Mischform an Gottesdienst feiern sollen? Satan wollte alle Menschen in Babylon durch den Turmbau verführen und ins Elend stürzen. Daraufhin verwirrte Gott die Sprachen der Menschen. Glaubst du, das war eine Strafe? Nein, das war ein Schutz, dass es Satan nicht mehr so leicht hat, alle Menschen in gleicher Weise zu verführen. Wenn Gott zum Heil der Menschen die Sprachen verwirrte und so verschiedene Kulturen schuf, dann sind diese auch als das zu sehen, was sie sind, ein Schutz Gottes vor kompletter Verführung Satans. Seither ist Satan bestrebt, die Sprachen und Kulturen zu vereinen, vermischen, um die Menschen besser verführen zu können und sie noch besser zu täuschen und dann in ihrer Seele zu verwirren, um sie mit sich in die Hölle zu reißen. Nur keine Einheitsreligion, all die liturgischen Formen, in denen die Sakramente getreulich überliefert und gefeiert werden, sind ein Geschenk Gottes, wo dies nicht der Fall ist, da ziehe dich zurück. Nur keine Sog, Interzelebration, Interkommunion, eucharistische Gastfreundschaft etc. Dies ist insoweit von Satan, da die im Gegensatz zu den einen die anderen die Realpräsenz Christi in der Eucharistie leugnen werden und ihn daher unwürdig empfangen, da ihnen der Glaube fehlt. Hier ist es aber entscheidend, dass wir gerade aufgrund des Geschenkes verschiedener Kulturen und Sprachen eine Einheit im Glaubensbekenntnis haben und die apostolischen Kirchen zudem eine Einheit in den Sakramenten, den Weihen und den Wandlungsworten. Wenn diese geändert werden, dann droht der Einfluss des Antichristen und des falschen Propheten, Vergleiche, Offenbarung, das fünfte Podest, Vertrauen, Hoffnung und Liebe. Jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, das größte von ihnen ist die Liebe. 1 Korinther 13 13 Das fünfte Podest auf der Leiter ist Vertrauen, Hoffnung und Liebe, aber Vertrauen hatten wir doch bereits, doch dort ging es um das Vertrauen, das die Menschen und Gott in dich haben können müssen. Bedenke, wir bewegen uns von der Erde weg, nun wird es geistlicher. Hier geht es um dein Vertrauen in Gott, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Galater 2 20 Waren die vorherigen vier Podeste noch recht erdgebunden, so beginnen nun die Podeste der Gottbezogenheit. Hier geht es darum, in völligem Gottvertrauen zu leben, in absoluter Hoffnung auf das Heil in Gott und in totaler Liebe zu Gott in Jesus Christus mit dem Heiligen Geist. Hier geht es darum, dass du in jeder Situation deines Lebens blind auf Gott vertraust. Du lernst hier, dass, egal was passiert, du in der Hoffnung lebst, dass Christus dich aus allem befreit, in seiner unendlichen Liebe. Das klingt ein bisschen fatalistisch, oder, es kann auf jeden Fall fatal werden. Gott kann dich nämlich direkt ins Martyrium führen und du wirst in dieser Situation immer noch voll Vertrauen auf ihn sein. Auch in dieser Situation wirst du in der absoluten Hoffnung leben, dass er alles zu deinem Heil zulässt. Darüber hinaus gibst du gerade in dieser Situation von Liebe erfüllt sogar dein Leben für Jesus, denn er ist dein Freund und er lebt in dir und du lebst in ihm und es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seinen Freund hingibt. Das kann auch dein Leben aus Liebe zu Jesus sein. Denke an das elfte Gebot, Seite 110. Vergleiche, Johannes 13 34, Johannes 15 12 bis 13. Das sechste Podest, Geduld. Die Geduld bewirkt Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Römer 5 4. Das sechste Podest ist die Geduld. Dies ist überhaupt das schwierigste Podest. Darum möchte ich gar nicht lange hier verweilen. Es beinhaltet Geduld in allem, im Warten auf einen Zug, im Ausharren in einer Krankheit, die Jahre dauern kann, auch im Beständigsein im vierten Podest. All dies kann Jahre und Jahrzehnte dauern und dich an die Grenzen der Belastbarkeit bringen. Ja, es wird dich an alle Grenzen bringen. Es ist das Podest der Prüfung schlechthin. Alles, was du an vorherigen Podesten vernachlässigt hast, wird dir nun hier bewusst, denn du stürzt unzählige Male jeweils einige Podeste runter und beginnst aufs Neue die Leiter zu erklimmen. Solange, bis du alle Podeste im Herzen, nicht nur im Verstand hast und sie selbstverständlich lebst, wenn du sie dann alle selbstverständlich lebst, dann hast du das Gefühl, dass die Sprossen zum letzten Podest kein Ende nehmen wollen, eben wieder eine Prüfung der Geduld. Das siebte Podest, bedingungslose Liebe. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott, und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. 1 Johannes 4 7 Schließlich erreichst du das siebte Podest, die bedingungslose Liebe des Vaters, kennen, wenn du all die anderen Podeste in deinem Leben verinnerlicht hast und in himmlischer Geduld alles das eingeübt hast, wirst du es allmählich immer mehr lieben lernen. 2 Johannes 5 Darum brauchst du auf dieser Leiter auch die Rüstung Gottes, die Waffen und Rüstung Gottes. Zieht an die Vollrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegenüber den Anschlägen des Teufels. Epheser 6 11 Auf allen Stufen und Podesten auf der Leiter zum Himmel brauchst du auch die nötigen Waffen der geistlichen Ritter und die dazugehörige Rüstung, sonst kannst du nicht bestehen. Schild des Glaubens Zu allem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Geschosse des Bösen auszulöschen vergnügt. Epheser 6 16 Als erstes, gleich auf dem ersten Podest der Leiter, benötigst du den Schutzschild des Glaubens. Ohne den Glauben an Jesus und die daraus resultierenden Gnadengaben, wirst du die Pfeile derer, die dich nicht entschwinden lassen wollen nicht abwehren können. Wenn du dich beginnst zu heiligen und dich somit von der Erde entfernst, entfernst du dich automatisch von denen, die du deine Freunde nanntest. Sie werden dich kritisieren, dir deine früheren Fehler und Sünden vorwerfen. Diese treffen dich wie Pfeile und werden dich derart verletzen, dass du ohne Schutzschild schnell wieder auf der Erde, oder besser gesagt im Weltlichen, landen wirst. Nur der Glaube schützt dich besonders an deinen verwundbaren Stellen. Schütze mit dem Glauben somit besonders diese Stellen. Das sind die Stellen deiner Seele, in denen du früher beleidigt und gekränkt worden bist. Die Dämonen werden ihre Gefangenen dazu anleiten, exakt auf diese Stellen zu schießen und alte Wunden zu treffen. Glaube daher an den Dreiernen Gott und an die Gewissheit, dass er dich trotz dieser alten Sünden unendlich liebt. Es ist unwichtig, wie du vor den Menschen das tierst und ob sie dich für einen der Ehren halten oder nicht. Sei einer von Gott und versuche verankert im Glauben nunmehr nur noch Gott zu gefallen. Auf dem Podest des Gebetes wird dir die Rüstung der Wahrheit, der Gerechtigkeit und der Verkündigung gegeben werden. Ziehe sie an, die Wahrheit ist Christus selber. Lebe so, wie Christus Jesus gelebt hat, mildtätig, barmherzig und voller Liebe zu allen Menschen und zur Schöpfung Gottes. Nutze niemanden und nichts aus. Vergiss nie, dass Gerechtigkeit nicht von Menschen kommt, sondern letztlich immer nur von Gott. Nur in Gott finden wir echte Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Dann verkünde die Botschaft Jesu, ermuntere die Menschen Jesus zu suchen und zu lieben. Erkläre ihnen, dass nur durch ein Leben, wie er es lebte, Friede und Glück auf der Erde herrschen kann. Diese Rüstung benötigst du, weil ab diesem Podest Verleumdung und Ratsch nicht ausbleiben werden. Mit dieser Rüstung gelingt es dir, die alten Wunden zu bedecken, die dir früher bereits durch Verleumdung und Ratsch zugefügt wurden. Diesem Übel begegnest du nicht wirksam, indem du dich versteckst und verkriechst, sondern, indem du gleichsam als neuer Mensch die Wahrheit tust, sprich, als Christ lebst, wie Christus selbst gelebt hat. Schwert des Wortes Gottes Nimm den Helm des Heiles und das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Vergleiche, Weisheit 5 17 bis 18, Epheser 6 17 Auf dem Podest des Vertrauens erhältst du einen Anker, mit dem du dich auf jedem Podest, ja in jeder Sprosse verankern kannst. Dieser Anker ist das Schwert des Wortes Gottes. Hier wird sich zeigen, ob du die Bibel nicht nur aus dem Bücherregal kennst, sondern sie verinnerlichst, und aus ihr lebst. Vielen helfen auch zusätzlich die Bilder und Statuen in den Kirchen dazu. Lese immer und immer wieder in der Bibel, lass dir von niemandem die Zeit dafür rauben, denn dann wirst du des Schwertes beraubt, das dir als Anker dient. Je mehr du die Worte der Schrift verinnerlichst, umso mehr wirst du feststellen, dass es der Heilige Geist ist, der in dir lebendig wird, denn die Heilige Schrift ist inspiriert durch den Heiligen Geist, Pfeile der biblischen Wahrheiten. Ab dem Podest der Einheit der Brüder benötigst du die Pfeile der biblischen Wahrheiten und Hoffnungen besonders gegen die Dämonen, wer plötzlich die Einheit der Brüder im gemeinsamen Glauben an Jesus Christus sieht und nicht in einer Uniformität der Formen, was nicht heißt, dass Formen unwichtig sind, denn ohne eine Form hält kein Inhalt. Jeder Inhalt benötigt zwingend eine Form, doch kann diese unterschiedlich aussehen, der wird von so ziemlich jedem Dämon angegriffen. Freilich tun sie es nicht selbstsichtbar, denn dann würden sie ja aufliegen. Sie tun es vielmehr in ihrer Feigheit indem sie Menschen dazu missbrauchen und diese als willfährige Werkzeuge durch ihre Einflüsterungen nutzen. Die biblische Wahrheit ist, dass die Gemeinde mannigfaltig ist, dass sie in einen Glaubensbekenntnis geeint ist, dass Jesus in der Heiligen Eucharistie in Leib und Blut gegenwärtig ist. Doch lasse dich darüber nicht in Streitereien ein, halte es nur fest und bekenne es, denn die Hoffnung auf die Gewissheit der Erlösung, die Hoffnung in Christus Jesus genügt, streiten nicht, verkünde nur, Kampfruf des Evangeliums. Die Füße beschut mit der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. Epheser 6 15 Ab dem Podest des Vertrauens in Gott, der Hoffnung und der Liebe wird dir der Kampfruf des Evangeliums Jesu Christi zuteil. Alles was du vorher gelernt hast, und versuche nicht, Stufen zu überspringen, ist zusammengefasst in der Botschaft des Evangeliums, die den Armen vor Gott die frohe Botschaft bringt und den in der Sünde gefangenen Freilassung verkündet. Denn nun lebst nicht mehr du, sondern Christus lebt in dir und das geht nur, wenn du das Evangelium lebst und es dein Kampfruf ist, Engelvertrauen, Hoffnung, Liebe und Weisheit. Der Engel des Herrn erwiderte ihm, warum fragst du mich denn nach meinem Namen, unerforschlich ist er. Richter 13 18 Ab dem sechsten Podest sind die neuen Waffen die Engel vertrauen, Hoffnung, Liebe und Weisheit. Es ist die Verankerung im Wort und das Wort ist Fleisch geworden und es ist Jesus Christus selbst. Vergleiche, Johannes 1 1 fortfolgende Ab dieser Stufe geht es nicht mehr ohne die Hilfe der Engel, denn es ist die Stufe der Geduld, es heißt nicht umsonst, eine Engelsgeduld haben, ja, die Engel sind gute Lehrmeister in Geduld, sie führen dich seit deiner Zeugung geduldig auf den Pfad der Liebe und vermitteln dir die Weisheit, dies alles findest du wiederum im Wort Gottes, Heiliger Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und deinen Heiligen Geist nimm nicht von mir. Psalm 51 13 Auf dem siebten Podest schließlich begegnet dir der Heilige Geist, er ist die Siegesgewissheit und hilft dir zum Kampf gegen die Heerscharen des Bösen, er hilft dir diesen Kampf zu führen, du aber kämpfe nur von der Heiligen Leiter aus, gehe nie auf dem Niveau des Bösen, denn auf deren Niveau bist du auf verlorenem Posten, von der Heiligen Leiter aus musst du kämpfen, darum beginne gleich mit dem Aufstieg auf die Heilige Leiter und beginne von ihr aus zu kämpfen, nutze nie die Waffen des Bösen, denn das Böse lässt sich nicht durch deren eigene Waffen schlagen, sondern nur durch die Waffen des Guten, die Waffen Gottes, Kampffehler. Vergeltet niemand Böses mit Bösem, seid auf Gutes bedacht, nicht nur vor Gott, sondern auch, vor allen Menschen. Sprechwörter 3 4 Römer 12 17 Kann man auch Kampffehler machen? Es gibt Fehler und Fallen, einen Hauptfehler ist dir bereits genannt, wer feindliche Pfeile nutzt, der beschuldigt, verleumdet und tratscht selber, das gibt nur Verbitterung und Zorn, diese führen dann schnell zu Stolz und Selbstgerechtigkeit, das ist, wie wenn du das Gummisaal nicht mehr im Himmel verankerst, sondern in der Hölle. Dann gibt es den Fehler, sich zurückzubegeben, sprich die Leiter zu verlassen und nach unten in den Kampf, auf fremden Bösenboden zu gehen, da bist du bereits verloren, da du die Sicherheit der Himmelsleiter verlassen hast. Gegner Wie bald wollte ich seine Feinde bezwingen und gegen seine Widersacher meine Hand wenden? Psalm 81 15 Mit welchen Gegnern musst du in diesem Kampf rechnen? Der Hauptgegner ist der Geier der Depression, dann die Dämonen der falschen Zuwendung im Geiste und schließlich die Schlangen des eigenen Gefangenseins in der Schande. Die Letzteren kann nur Gott von uns nehmen, auf das Bitten der Menschen. Die falsche Zuwendung im Geiste ist ein geheucheltes Liebesverhältnis zu Gott, es ist ein Selbstbetrug, der einem Glauben machen will, Gott mehr zu lieben als die Welt, doch in Wahrheit hängt das Herz noch an der Welt. Die Depression ist das Häufigste, ja es ist weniger eine Krankheit, als ein Ansturm von Dämonen, es gibt nur ein Heilmittel dagegen, dieses ist tiefe Reue für alle Sünden, es ist wichtig, alle Sünden zu sehen und zu erkennen, die man begangen hat, das ist eine schwere Arbeit, doch sie lohnt sich, die Erkenntnis der eigenen Sünden hilft dir erst zur wahrer Umkehr. Wenn du sie aber erkannt hast, aus echter Liebe zu Jesus gebeichtet hast und echter Reue, Busse, empfindest, dann lass sie dir von keinem Dämon mehr einflüstern, sonst hindern sie dich an deinem Aufstieg auf der Himmelsleiter. Wenn du diese Reue für alle Sünden hast und Gott um Vergebung gebeten hast, die apostolischen Christen mit Priestern mögen beichten, dann beginne eine herzliche Beziehung mit Jesus und beginne einfach, indem du ihm alles aus deinem Leben halblaut erzählst, Du wirst sehen, dass die Depression dann allmählich verschwindet, untermauere das Ganze jedoch mit einem Leben in Tugend, sonst kommt sie bald zurück, die Verbundenheit mit den Heiligen. Wahrlich, ich, Jesus, sage euch, unter den von einer Frau Geborenen ist kein Größerer aufgestanden als Johannes der Täufer, doch der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. Matthäus 11 11 Die Verbundenheit mit den Heiligen ist unerlässlich, nicht weil sie so etwas wie Götter wären, sondern, weil sie bereits im Himmel sind, es sind die Bewohner des Ortes, an den du gelangen möchtest, wenn du jemanden besonders liebst, hast du vielleicht ein Foto von ihm, damit es dir hilft, die geliebte Person nicht zu vergessen. Staturen und Gemälde von Heiligen erfüllen denselben Zweck, mit einem Unterschied, sie sind größer, als die größten auf der Erde, mehr zur Heiligenverehrung unterfragen und die Schrift ab Seite 130, Heiligenverehrung. Hebräer 13 7 Eines Tages besuchte einer auf einer Reise eine kleine Kirche. In ihr waren viele heiligen Bilder und Statuen und ein lebensgroßes Kreuz mit Korpus. Ein alter Mann stand gerade vor einer Statue des Apostels Paulus. Er betete dort inständig, so konzentriert, dass er den Besucher nicht bemerkte. Nach einer Weile wechselte er auf die andere Seite zu einer Statue des Apostels Thomas. Auch dort verharrte er länger im Gebet. Schließlich ging er nach vorne, begab sich hinter den Altar und stieg eine kleine Treppe empor und er begann die Christusfigur zärtlich zu streicheln. Er berührte mit seinen großen Händen in feiner Weise die geschnitzten Wunden an dessen Füssen, dann die an den Händen und schließlich die Herzwunde. Zu guter Letzt umarmte er die Figur und drückte seine ledrige Stirn so sehr gegen die Dornenkrone, dass er selber Bluttropfen vergoss. Als der alte Mann dann die Stufen vom Kreuz herunterstieg, bemerkte er den Besucher und lud ihn außerhalb der Kirche zu einem Gespräch ein. Der Besucher fragte, warum bittest du dieses Schnitzwerk an? Der alte meinte, ich bete diese Figuren nicht an, das wäre Götzendienst. Nein, ich bete sie nicht an, dann hätte ich andere Götter neben Gott, und das sind keine Heiligen, das sind Statuen und die, welche sie darstellen sind Heilige. Diese Statuen sind meine Schrift, doch ihr könnt diese nicht lesen und werft mir dann vor, dass ich sie anbete, nur, weil ihr sie nicht lesen könnt. Diese Statuen sind die Schrift, die ich lesen kann und ich wünschte mir, ihr würdet es auch etwas lernen, dann würdet ihr mich weniger verurteilen. Zugegeben, meine Buchstaben sind größer als eure, doch beinhalten sie das gleiche wie eure kleinen Buchstaben, die ihr ohne Hinterfragen verehrt. Der Besucher fragte ihn, aber solch innige Heiligenverehrung, für Menschen die tot sind, und Totenbestörung ist doch auch Sünde. Der Alte sagte, nicht nur eine Sünde, eine große sogar, doch hast du gesehen, dass ein Toter kam? Nein, du sahst weiterhin meine Buchstaben die ich lesen kann, genauso, wie du die deinen Buchstaben in der Bibel siehst, wenn du sie liest. Ich habe jedenfalls noch bei keinem der Klugen aus seiner Bibel einen Toten entsteigen sehen. Du etwa, der Alte meinte, ich liebe Paulus sehr, genauso wie Thomas, weißt du, Christus hat uns erlöst. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, von ihm kann ich alles lernen, was ich brauche, um zum Himmel zu kommen. Von ihm kann ich sogar lernen, die Sünde zu meiden, aber es gelingt mir persönlich nicht, von ihm zu lernen, wie ich mich verändern soll, wenn ich gesündigt habe. Und weißt du warum? Weil Jesus keine Sünde hatte. Ich habe sie jedoch und habe viele in meinem Leben begangen. Ich kann sie Jesus jeden Tag übergeben, doch wie geht der Weg der Besserung, das lerne ich von den Heiligen. Sie waren allesamt Sünder, Paulus und Thomas in fast gleicher Weise wie ich. Schau, an Jesus kann ich keine Veränderung erkennen, er ist derselbe gestern, heute und morgen, ohne Sünde, ohne Notwendigkeit sich zu bessern. Paulus aber und Thomas, an ihnen erkenne ich Veränderung auf dem Weg zur Heiligkeit. Paulus bezeichnet alle Christen als Heilige, doch nicht jeder ist ein Vorbild. Die Kirche hat immer wieder einige dieser Menschen als Heilige erklärt, Heiligsprechung, sprich als Vorbilder auf dem Weg zur Heiligkeit. Oder glaubst du allen Ernstes das Märchen, dass Saulus durch seine Bekehrung vom Saulus zum Paulus sofort ein Heiliger wurde? Ich antwortete ihm, das dachte ich, ja, Saulus war ein stolzer Mann, er war bei der Ermordung von Christen dabei. Jesus schenkte ihm die Bekehrung, aber nicht die Demut, die musste er selber lernen. Paulus warf dem Petrus Heuchelei im Umgang mit den Juden vor, weil Petrus sich von den Heiden beim Essen zurückzog. Galater 2, 11 bis 12 Kurze Zeit später musste Paulus sich selbst ertappen, dass er noch ein viel größerer Heuchler war, als er Timotheus um der Juden willen beschneiden ließ. Apostelgeschichte 16, 3 Oh, wie hat Gott ihn gedemütigt für seine stolze Attacke auf Petrus. Auch ich beschuldigte andere, nur um mich selbst kurze Zeit später in schwererer Sünde zu finden. Beide, Petrus und Paulus mussten die Demut so weit lernen, bis sie alles verloren. Petrus hing Kopf über am Kreuz und Paulus verlor sprichwörtlich seinen Kopf bei seiner Enthauptung. Oder Thomas, der Zweifler, er konnte erst glauben als er die Wunden Christi berührte. Er fand dadurch den Mut am weitesten von allen Aposteln zu reisen und zu predigen, bis nach Indien. Fragt die Christen dort, wer ihnen das Evangelium brachte, sie werden es dir sagen. Sie waren schon vor den Portugiesen und den Engländern Christen und Bezeugen bis auf den heutigen Tag, dass Thomas sie lehrte. Doch auch er verlor alles und wurde erstochen. Der größte Zweifler ging am weitesten für Jesu. Auch ich verlor meinen Glauben und fand ihn erst wieder bei der Pflege der Wunden von anderen. So berühre ich heute jeden Tag die Wunden des Herrn in meinem Buch und fühle sie inniger als du in deinem Buch. Und es stärkt meinen Glauben. Ich spüre die Dornenkrone Jesu in meinem Buch an meinem Leib. Mehr als du in deinem Buch. Und ich danke Gott, dass er mir so meine großen Sünden vergeben hat. Wenn ich mein Buch an mein Herz drücke, spüre ich das Leiden Jesu, fühle seine Wunden mit meinen Fingern. Mit deinem Buch gelang mir das noch nie und ich fand auch noch keinen, dem es gelang. Soll ich die nicht in Ehren halten, die mir helfen, den Weg zu Jesus durch ihr Beispiel, ihren Kampf gegen die Sündhaftigkeit zu gehen? Soll ich sie nicht bitten dürfen, mir durch ihr Beispiel zu helfen? Willst du mich zur Einsamkeit verdammen auf dem Weg eines Sünders, wo mich doch das Beispiel der Heiligen begleiten kann, die übrigens nicht tot sind? Denn Gott ist kein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Markus 12, 27 Sie werden sogar im Leibe auferstehen und ihre Seelen sind bereits jetzt bei Gott. Marien Verehrung Gott schaute gnädig herab auf die Niedrigkeit seiner Magd, denn siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Geschlechter. 1 Samuel 1, 11 Lukas 1, 48 Der Alte fragte den Besucher, du hast bestimmt auch ein Problem, wenn ich zu Maria bete. Ich bete Maria nicht an, dann würde kein Gebet erhört. Ich flehe sie an, mit mir bei Christus für mich zu beten. Ich bin ein Sünder gewesen und oft auch noch heute. Ich erlebe es immer wieder, dass Christus mir nicht antwortet. Doch wenn ich seine Mutter bitte, mit mir zu beten, antwortet Jesus immer. Oder weißt du nicht, dass Jesus das erste Wunder auf die Fürbitte seiner Mutter wirkte, weißt du nicht, dass sie die erste Christin war, die Jesus bereits anbetete, bevor er geboren war, in ihrem eigenen Schoß, ist dir entgangen, dass sie der Tempel für die neue Bundeslade ist, das Heiligtum, das sich Gott ausgesucht hat als seinen Tempel um Mensch zu werden. Wenn die Juden auf Gottes Geheiß den Tempel verehrten, in dem die Bundeslade stand, selbst als die Lade nicht mehr dort war, um wie viel mehr ist dann der Tempel zu verehren, in dem Gott Mensch geworden ist, selbst nach der Geburt, sie ist für uns das größte Vorbild an Demut unter allen Menschen. Sollen wir da nicht hinschauen dürfen, wie sie gelebt hat, um auch von ihr Demut zu lernen, ich kann von Jesus lernen, ohne Sünde zu leben, doch nicht wirklich wie ich als Sünder den Weg zu ihm gehe, denn er hatte keine Sünde, du kannst mich zu schwach nennen. Nun, dann rühme ich mich gerne meiner Schwachheit, denn in ihr bin ich stark, heiliger sind Helfer auf dem Weg zu Jesus, wie sprechende Wegweiser in den Bergen zum Gipfel, wenn dir Wegweiser nicht hilfreich sind, zwingt dich keiner, diese zu beachten, doch brauchst du dich dann auch nicht zu beschweren, wenn du vom Weg abkommst. Ja, das Wort deiner gedruckten Bibel sollte nicht toter Buchstabe sein, sondern in deinem Herzen lebendig werden und zu dir sprechen, genauso, wie meine Buchstaben in mir. Ich wundere mich manchmal über den Analphabetismus der heutigen Schriftkundigen, sie haben verlernt, die Bilder der Buchstaben lebendig werden zu lassen, ihre Buchstaben sind tot. Wenn einer eine Bibel in Deutsch hat, verurteilt er keinen, der eine in Chinesisch hat, doch Chinesisch kennt keine Buchstaben, sondern nur Bilder, wenn auch sehr vereinfachte, warum verurteilt derselbe mich, der ich eine Bibel in anderen Bildern habe, als die Chinesen, aber eben doch eine Bibel, schlimmer noch, warum verurteilt derselbe einen anderen, der versucht die Schriftzeichen meiner Bibel zu erlernen und zu verstehen, Dämonen. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebet. Matthäus 10 8 Warum hat gerade der Abend etwas mit der Liebe zu tun, weil um die Zeit des Abendopfers im Tempel Jesus aus Liebe zu uns sein Leben für uns gab, um uns von den Sünden zu befreien. Zudem war das Abendmahl, in dem Jesus seinen Opfertod als Eucharistie einführte und uns als Liebesmahl anvertraute auch am Abend. Der Kampf Satans Da erhob sich ein Kampf im Himmel, Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen, und auch der Drache und seine Engel kämpften. Offenbarung 12 7 Dann ist mit dem Abend also alles Schöne und Gute zu verbinden? Keineswegs. Das ist auch die Zeit, in der der Kampf Satans eskalierte. Du denkst bestimmt, da hätte Jesus Satan besiegt, ja, und das will dieser bis heute nicht eingestehen. Er wütet besessen von der Vorstellung, Gott dennoch besiegen und stürzen zu können, doch er weiß auch, dass ihm das nicht gelingen wird. Weil er also Gott direkt nichts anhaben kann, führt er einen Stellvertreterkrieg und trägt ihn auf dem Rücken der Menschen aus, denn dadurch kann er Gott beleidigen. Er kann überhaupt nichts anderes, als Leid zufügen, Lügen, Betrügen, Stehlen und Morden. Er will und kann somit das Konzept Gottes, der Freiheit, der Barmherzigkeit und der Liebe nicht verstehen. So lügt er auch bei den Menschen und flüstert ihnen als erstes ein, es gäbe keinen Teufel, denn damit hat er sie schon gewonnen, da diese unvorsichtig werden. Du denkst vielleicht, das Böse kommt aus dem Menschen selber und der Teufel sei nur eine Erfindung der Religion, um den Menschen Angst einzujagen? Oh, du ungläubige Welt, das ist eine Lüge, der Abfall vom Guten ist zwar in der Natur des Menschen enthalten, wie auch der Hang zu Liebe und Hilfsbereitschaft, doch die Dämonen flüstern unablässig den Menschen in die Seele und die Menschen öffnen ihnen auch noch bereitwillig die Türen. Schau, wenn du glaubst, dass es keine Dämonen gibt, glaube übrigens nie an den Teufel, aber glaube daran, dass es ihn gibt dann denkst du, du hättest es nur mit menschlichen Schwächen zu tun und die müsste man doch überwinden können. Somit hast du die Türe bereits weit geöffnet für die Dämonen, denn damit beginnt der Hochmut, der Stolz und die Arroganz. Du kannst dich doch gar nicht wirklich selber beherrschen und findest für alles Unangenehme sofort eine Ausrede. Fast alle Bequemlichkeit kommt aus der Faulheit und aus Einflüsterungen von Dämonen. Schau in die Welt, jeder will das Bessere als sein Nachbar und das möglichst günstiger, jeder will über dem anderen stehen. Das ist auf die Einflüsterung von Dämonen zurückzuführen. Intelligenz und Stolz sind Dummheit. Es steht ja geschrieben, vernichten will ich die Weisheit der Weisen und die Klugheit, Intelligenz, der Klugen, Intelligenten, verwerfen. Isaiah 29 14, 1 Korinther 1 19 Ein Drittel der Engel brachte Satan auf seine Seite, um gegen Gott zu rebellieren. Das sind weit mehr als Menschen je auf Erden leben können. Sie haben nur ein Ziel, Gott nach wie vor zu stürzen. Das ist jedoch ein Unterfangen, das seit Anbeginn zum Scheitern verurteilt ist. Du dachtest, Satan sei klug, wie kommt es denn, dass er so dumm und aussichtslos handelt? Denke an das Wettrüsten. Wie kommt es, dass die klügsten Köpfe denken, mit den schrecklichsten Waffen Frieden sichern zu können? Abgesehen davon, dass heute die ganze Welt weiß, dass zum Beispiel der Einsatz der ersten Atombomben in Japan nicht nötig war, funktioniert dies auf die Länge nicht. Irgendwann kommt immer ein Herrscher an die Macht, der die teuersten und gefährlichsten Waffen nicht nur zur Aufstellung in Museen verwenden will, sondern um Krieg zu führen. Irgendwann werden sie eingesetzt. Einer beginnt und die anderen glauben dann das Recht zu haben, sich mit denselben bösen Mitteln verteidigen zu dürfen. Dies führt zwangsläufig zum Untergang. Sie wollen, wie Satan, nicht verstehen, dass Böses nur dann zum Frieden gebracht werden kann, wenn es durch Gutes vergolten wird. Intelligenz war, ist und wird nie ein Garant für gutes Handeln sein. Das war bei den gefallenen Engeln nicht anders. Sie nutzten ihre überragende Intelligenz nicht um das Gute von Gott zu unterstützen, sondern glaubten es besser zu können und das tun sie noch heute. Wie bei Satan ist Intelligenz auch bei den Menschen mit Überheblichkeit gepaart. Es sind die Einfältigen, die Naiven und die Dummen Menschen, die die Größe haben, sich bei Intelligenten zu entschuldigen. Die Intelligenten entschuldigen sich kaum freiwillig bei den sogenannten Dummen. Welcher intelligente Politiker ist schon, ohne unter Druck zu stehen, vor das Volk getreten und hat sich für Fehlentscheidungen entschuldigt? Hitler tat es nicht, er sah die Niederlage des deutschen Volkes sogar als gut an, da sie ihn verraten hätten. Bis zum Schluss war er nicht in der Lage, einzusehen, dass er an dem Krieg und der Niederlage schuld war. So ist es auch mit den Dämonen, sie wollen und können daher nicht einsehen, dass sie falsch gehandelt haben und es immer noch tun. Das Gift der Dämonen Möchte doch unter euch kein Mann oder keine Frau, keine Sippe und kein Stamm sein, dessen Herz sich nunmehr wegwendet vom Herrn, unserem Gott, um hinzugehen und den Göttern jener Völker zu dienen. Möchte doch unter euch keine Wurzel sein, die Gift und Wermut als Frucht bringt. Hebräer 12 15, Deuter Unumium 9 um 20 17 Jedenfalls flüstern die Dämonen unaufhörlich ihr Gift in die Seelen der Menschen, welche diesen nur zu gerne glauben, denn die Lüge eines glanzvollen Lebens ist verführerischer, als die Wahlheit eines beschwerlichen mühsamen sich selbst überwindens. Wir glauben heute, wie die alten Germanen, an ein Valhalla in dem Saufgelage mit bewaffneten Helden den Himmel darstellen. Wie soll dieses Valhalla denn aussehen? Schlägereien und Prügeleien beim Saufen bis in Ewigkeit? Das Ganze noch mit unsterblichen Körpern, wo jeder abgeschlagene Arm gleich wieder nachwächst? Was soll daran paradiesisch sein? Das ist eine Schilderung der Hölle, die als Himmel verkauft wird. Nur, dass die Helden nicht Menschen sein werden, sondern Dämonen, die auf Menschen eindreschen, die sie so leicht fangen und verführen konnten. Sie brauchten ihnen nur ein bisschen Speck, Saufen und Sex versprechen und zum Teil im Leben ermöglichen, möglichst durch Ausnützung von anderen, schwächeren Menschen und schon waren sie begeistert und gefangen. Geister des himmlischen Bereichs. Wir haben ja nicht zu kämpfen gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte, gegen die Gewalten, gegen die Weltherrscher dieser Finsternis, gegen die Geister des Bösen im Reich der Himmel. Epheser 6 12 Glaube es, die Dämonen sind real, es gibt genügend Menschen, die nicht verrückt sind und diese gefallenen Engel gesehen haben. Nein, unser Kampf geht nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, unser Kampf geht gegen unsichtbare Wesen, die uns gegeneinander aufwiegeln, und spalten und ins Grenzenlose verachten. Die Bibel teilt den Himmel grob in drei Bereiche ein. Der erste Himmel ist gleichzusetzen mit unserer Atmosphäre, der zweite Himmel ist gleichzusetzen mit dem Weltall und der dritte Himmel mit dem, was manche vielleicht eine andere Dimension nennen würden. Beim ersten Kampf wurde Satan und seine Anhänger aus jenem dritten Himmel geworfen, aber nicht aus den ersten beiden. Darum schreibt die Schrift, dass wir gegen die bösen Geister des himmlischen Bereichs zu kämpfen haben. Aus diesen himmlischen Bereichen werden sie erst bei der Wiederkunft Christi verbannt. Macht über Materie. Sein Auftreten zeigt sich entsprechend der Kraftentfaltung des Sadans in jeder Art von Macht, trügerischen Zeichen und Wundern. 2 Thessalonicher 2 9 Sie haben auch Macht über Materie, sie können Materie annehmen und weglassen. Doch wenn du die alten Schriften anderer Kulturen siehst, dann findest du exakt die Bilder von Ufos. Die Inder berichten von Ufos in ihrer Geschichte, die Krieg führten am Himmel, von Ufos, die Menschen auf Erden in Kriege trieben und vieles mehr. Zudem kürt ein jedes Dach ihrer Tempel die Darstellung eines solchen Ufos von damals. Sie veranlassten die Menschen, ihnen Tempel zu bauen und sie anzubeten. Das ist genau das, was Satan seit Anbeginn will, angebete zu werden. Er will Gott sein. All diese Göttergeschichten haben immer die gleichen Charaktere als Götter. Alle sind sie durchtrieben und gewalttätig. Alle öffen sie die Heilsgeschichte Gottes nach und verunglimpfen sie, bis hin zur Nacheffung der Jungfrauengeburt, in dem ein meisttoter Gott mit einer Jungfrau der Menschen einen Gott zeugt. Satan kann nichts neu schaffen, nicht einmal etwas neu erfinden. Er kann nur wahrhaft Göttliches in den Schmutz ziehen und verunglimpfen. So erreicht er bei vielen Menschen, dass sie alles in einen Topf werfen und dann sagen, eine Darstellung von Maria mit dem Jesuskind sei nur eine alte Wiederbelebung eines Götzenkultes. Schon hat er erreicht, was er wollte. Die Menschen versündigen sich gegen Gott, treten die Ehre Christi und der unbefleckten Jungfrau Maria, der Braut des Heiligen Geistes, mit Füssen und sind noch stolz darauf. Darum gibt es nur einen Schluss, den man daraus ziehen kann, egal wie eine Gottesverehrung für den einen wahren Gott und Jesus Christus für dich aussehen mag. Frage dich immer zuerst, ob sie nicht aus der Tiefe einer Seele kommen könnte, in echter Frömmigkeit und dann verurteile weder diese noch den Menschen, denn beides ist Gott überlassen. Sonst siehst du am Ende diesen Menschen in den Himmel eingehen und du wirst zu den Pharisäern gezählt, weil du dir angemasst hast, den Richterstuhl Gottes zu besteigen und an seiner Stadt zu richten und zu verurteilen. Verführer von Glaubensgruppen Dieses Volkesführer sind Verführer, seine Geführten sind ihre Geführte. Isaiah 9,15 Es gibt ja viele widerspenstige, Schwätzer und Verführer, besonders die aus der Beschneidung. Titus 1,10 Denn viele Verführer sind ausgezogen in die Welt, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleische gekommen ist, das ist der Verführer und der Antichrist. 2 Johannes 1,7 Zu den Beschnittenen, die nicht bekennen, dass Jesus als Christus im Fleisch gekommen ist, am Kreuze starb und auferstand, gehören nicht nur die Juden, sondern auch der ganze Islam, die Mohammedaner. Um diese geht es hier aber nicht, denn von ihnen wissen wir es, wenn du siehst, dass deine religiöse Gruppe keinen Gottesdienst halten kann, keinen Vortrag halten kann, ohne auf vermeintliche Fehler von anderen Gruppen hinzuweisen, diese zu verurteilen und die Würdenträger dieser Gruppe schlecht zu machen. Dann siehe dich vor, du bist vermutlich in einer verführten Gruppe, glaube ja nicht, dann hätte Satan doch schon längst alle Wahrheit daraus entfernt. Das wird er sicherlich nicht tun, denn dann würde es ja sogar dir auffallen, dass du missbraucht wirst von ihm. Glaubensbuch und Gewissenserforschung für geistliche Ritter Hörbuch Ende Teil 2